So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein kleines Tutorial und zwar ein Mod-Tutorial. Ich habe gehört, es wurde vermehrt mal danach gefragt, wie baut man denn ein ME-System? Es wird ein kleines Grundlagenvideo heute und dem einen oder anderen sollte es vielleicht auch helfen, wenn es in den Folgen nun mal zu schnell gegangen ist und man nicht alles verstanden hat. Heute in dem Video werde ich euch ganz fix erklären, wie man sich denn ein ME-System baut. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt, auch mal wieder ein paar Basics zu zeigen. Okay, ja, das ME-System ist ja ein cooles System, wo man sämtliche Items drin lagern kann. Es ist eine vereinfachte Lagerversion und das heißt, du öffnest einfach dann ein Menü, ein Fenster und hast wie so ein Creative Elementar alles drin gelagert. Natürlich auch gleich noch ein Crafting-Terminal sozusagen, dass du auch Sachen drin craften kannst und automatisch craften kannst, indem du einfach auch Mod-Packs per Shift auf das Rezept klickst. Es landet da drin und die Items werden automatisch aus dem ME-System rausgenommen. Du musst da kaum selbst was reinlegen. Erleichtert auch ganz, ganz viel das Craften. Nun, zunächst erstmal, ich würde mal ein ganz, ganz simples ME-System bauen, was recht einfach ist, was eigentlich nur aus drei oder vier Komponenten besteht. Wir brauchen halt, gut, die Energiequelle, die zähle ich jetzt erstmal nicht dazu, aber wir brauchen eine Energiequelle. Und dann brauchen wir einen ME-Drive. Ein ME-Drive ist ein ME-Laufwerk. In diesem Laufwerk kommen Festplatten rein, ganz ähnlich wie bei euch im Computer. Diese Festplatten sind dafür da, Items zu speichern. Also die Items werden nicht in Form von Items in Kisten gespeichert, sondern in Form von Daten auf Festplatten. Ihr legt sie rein, es wird eine Datei umgewandt und auf diesen Festplatten hier gespeichert. Gut, zunächst erstmal lassen wir den Drive da. Es sind auch gar keine Festplatten drin. Dann verbinden wir einfach den Drive mit Kabel. Dieses ME-Glass-Cable-Fluix. Das ist das einfachste Kabel, was du kriegen kannst. Das findest du auch hier. Das ist das hier und das kann man sich craften. Jetzt zeige ich dann gleich auch nochmal, wie man die Fluix-Kristalle macht. Aber die braucht man erstmal für den Anfang. Okay, dann verbinden wir das und vor unserer Energiequelle mache ich einen Energy-Accepter. Denn das ME-System läuft mit AE als Energieeinheit und das hier produziert RF. Und deswegen ist es eventuell nützlich, wenn man dann so einen Energy-Accepter hat. Ich habe auch mal gehört, es geht auch ohne Energy-Accepter. Wenn man einen Controller benutzt, einen ME-Controller, und da eine F-Leitung anschließt, habe ich aber nicht ausgetestet bis jetzt. Egal, mit dem Energy-Accepter seid ihr auf der sicheren Seite. Und wie teuer ist er denn? Nicht teuer. Quarzglas wird hergestellt aus dem Zertus-Quarzdust oder Nether-Quarzdust zusammen mit Glas und dann kriegt ihr Quarzglas. Mit dem Mod gibt es auch diesen Zertus-Quarz, der ist versteckt unten irgendwo in der Erde. Und den braucht man für ganz, ganz viele Rezepte. Also davon solltet ihr recht viel sammeln. So, dann, ja, kleines Beispiel noch. Dann setze ich nochmal hier eins dran und setze ein Terminal dran, sodass wir darauf zugreifen können. Jetzt könnte ich nochmal reinklicken. Und hier würden dann die Items drin liegen, wenn wir welche hätten. Dann als nächstes bräuchten wir folgendes. Wir brauchen Festplatten. Da gibt es verschiedene Größen. Ich habe jetzt mal die einfachsten. In einen solchen Drive passen zehn Stück rein. Lege ich eben mal rein. Kannst mit Schrift-Klick reinlegen und dann wird das hier gefüllt. Und dann haben wir den Drive mit 1KME Storage Cells gefüllt. Und ja, wenn alles klappt, wenn der mit Strom versorgt ist, sind die hier auch als grün. Und auch wenn sie leer sind. Wenn der keinen Strom hätte, dann würde das komplett ausgegraut sein. Da er Strom hat, wird angezeigt, alles TACO. Wenn diese grünen Balken rot sind, heißt das, dass die entsprechende Speicherzelle gefüllt ist. Dass du schon so viele Items im System hast, dass du keine weiteren mehr da reinschieben kannst. Also zumindest auf die Platte. Wenn alles komplett rot ist, kannst du überhaupt gar nichts mehr reintun, weil es ist ja kein Speicherplatz mehr. So, das wäre also das Simpelste im E-System, was ich mir gerade so vorstellen kann. Einen, okay. Man kann auch einen anderen Terminal nehmen. Es gibt hier noch einen normalen Terminal. Der ist ein bisschen einfacher zu craften, glaube ich, als der Crafting-Terminal oder weiß gerade gar nicht. Aber damit kann man nur die Items rausholen. Mit dem Crafting-Terminal kann man die Items nicht nur rausholen, sondern man kann auch direkt craften. Es ist also eine eingebaute Crafting-Box hier unten. Okay, und jetzt kann man die Mutter fröhlich anfangen, Sachen reinzulegen. Also wenn ich jetzt hier meine ganzen Sachen reinlege, die ich gerade geholt habe, zack, habe ich die hier oben in meinem ME-System drin. Kann ich weggehen, tralala, kann wieder reingucken, zack, alles drin. So, diese Items sind jetzt hier in den Festplatten gespeichert. Auf der ersten, da seht ihr, wie viele Bytes davon benutzt wurden. Unten stehen die Typen. Sieben von 63 Typen von dieser Festplatte sind belegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Items. Jedes verschiedene Item ist ein Typ, sozusagen. Und die Bytes zeigen an, wie viele in der Anzahl insgesamt an Items da sind. Also man kann praktisch 1024 Items einer Art hier drauf speichern. Und das 63 mal, 63 verschiedene Typen davon. Insgesamt, wenn ich also alles hier zusammenzähle, müssten wir, ne, müssen mehr als 97. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es berechnet wird. Aber man kann 63 verschiedene Items pro Festplatte in der Regel nehmen. Und die Anzahl der Bytes, sozusagen, ist praktisch, wie viele derselben Art da reinpassen. Okay. Und damit hätten wir uns erst im E-System fertig. Man kann das natürlich noch upgraden. Man kann höhere Zellen machen oder stärkere Speicherzellen machen. Und noch ganz viele andere Dinge machen, wie Auto-Crafting. Das heißt, du nimmst ein Rezept und sagst, hier im E-System stellen wir mal 100 davon her. Dann macht das im E-System das von ganz allein und dann kannst du es später rausholen. Vielleicht ist das auch noch so eine Sache, da kann man auch mal ein Tutorial später dazu machen. Zunächst aber erstmal mal zum Craften, weil da gibt es unter anderem einige Probleme. Das ist nicht ganz billig hier und wir müssen einige Dinge beachten. Zunächst mal brauchen wir Meteoriten. Wir müssen Meteoriten finden. Die sind aus diesem Skystone gemacht. Und es gibt auch hier einen Kompass dazu, womit man die einfacher findet. Wo liegt der Kompass gerade rum? Irgendwo hier. Applied Energistics. Irgendwo ist der Kompass hier. Es gibt so einen Spezialkompass. Mal gucken. Kompass. Da. Meteorite Kompass. Der zeigt an, wo der nächste Meteorit ist. Und ihr müsst diese Meteoriten finden. Ich fliege da auch gerade mal ganz blöd hin. Übrigens, ich mache hier mal kurz einen Wegpunkt, damit ich hier die Base ab. New Base Save. Hat es gespeichert? Ja. So, und jetzt fliege ich mal in die Richtung von dem Kompass und dann sollten wir zum nächsten Meteorit kommen. Dort gibt es Inscriber drin. Meteorite Kompass, also sozusagen Formen für Prozessoren, die du craftest. Und davon gibt es vier verschiedene und die musst du alle finden. Und die findest du nur in diesen Meteoriten drin. Ansonsten kannst du halt nicht craften. Und ihr seht es auch schon, hier wurde gefunden. Achtung, ein Meteor, sogar zwei Meteoriten. Und wenn ich jetzt da bin, dann dreht er sich im Kreis. Ja, ja, ja. Ich habe was gefunden. Dann gehst du hier rein, buddelst dich runter. In der Mitte vom Meteorit findest du eine Skystone Chest. Und dieser Skystone Chest gibt es unter anderem noch mal Skystone und Inscriber Logic Press zum Beispiel. Das sind diese Presses. Es gibt vier verschiedene davon. Du musst einfach so viele Meteoriten finden, bis du alle davon hast. Wie heißen die denn? Kann ich hier mal Inscriber? Ja gut, hier oben sieht man sie auch. Eine Inscriber Calculation Press, eine Inscriber Engineering Press, eine Inscriber Logic Press und eine Inscriber Silicon Press. Diese vier verschiedenen Dinger brauchst du. Ich habe den jetzt einfach mal vereinfacht geholt, weil, ja, dann kann ich es besser oder einfacher zeigen. Okay, es gibt Prozessoren sozusagen, die du herstellen musst, aus denen die ganzen technischen Geräte bestehen. Und je nachdem, was du baust, brauchst du einen unterschiedlichen Prozessor. Und außerdem gibt es noch die Sache mit diesem Zertus Quarz, also Spezialquarz unter der Erde. Da muss man auch ein bisschen gucken. Es gibt nämlich Maschinen, diesen aufzuwerten, um ihn dann weiter zu craften. Beispielsweise gibt es bei Applied Energistics noch, at Applied Energistics, einen Inscriber. Den brauchen wir. Und einen Charger. Den brauchen wir unter anderem auch. Der kann auch ganz normal mit der F betrieben werden. Dafür brauchen wir eigentlich kein ME-Strom. Also, braucht man noch nicht. Da kann man eine ganz normale hier Turbine oder sowas nehmen und das anschließen. Beim Charger eigentlich genauso. Natürlich geht es aber auch am Applied Energistics rum. Der Charger hat eine Eigenschaft. Der Charged, das Zertus Quarz, was man normalerweise so findet. Warte, einen Moment. Gibt es hier auch, müsste hier mit drin sein. Zertus Quarz. Da, das ist Charged Zertus, das normale. Zertus Quarz. Zertus Quarz-Kristalle. Die kriegt man aus dem Zertus Quarz-Erz. Und diese kann man in diesem Ding chargen. Ich glaube aber, um diesen zu bauen, braucht man selbst noch ein gechargedes oder? Ne, geht sogar ohne. Geht sogar ohne. Man braucht ein Fluix Crystal. Dieser Fluix Crystal ist auch wieder ein bisschen herstellbar. Man braucht ein, doch, man braucht einen Charged Zertus Quarz, einen Nether Quarz und einen Redstone Dust. Kann ich auch gerade mal kurz zeigen. Man braucht also Nether Quarz. Ganz viel. Dann braucht man Redstone. Redstone. Da oben hätten wir es. Und ein Charged Zertus Quarz. Jetzt aber die Frage, wie kriege ich denn ein Charged Zertus Quarz, wenn ich schon allein Charged Zertus Quarz brauche, um eine Maschine zu bauen, die mir das Quarz chargt. Charged Zertus Quarz findet man auch selten in der Natur, genau wie das normale Erz. Das heißt, da müsst ihr euch eins finden und am besten einen Charger bauen. Dann kriegt ihr ganz einfach gechargtes Zertus Quarz. So, und lass mal kurz hier gucken. Müsste das jetzt fertig sein? Ja. Oder? Nein. Warte, warte. Ich habe ein normales reingetan, kann das sein? Zertus Quarz Crystal. Crystal. Und komm schon, werde gepowert. Ja, warte. Brauche wahrscheinlich ein kleines bisschen. Die Windturbine hat es nicht so gechargt, wie ich es gerne hätte, glaube ich. Pass auf. Ich nehme mal ein Kabel, verbinde das auch mal. Aber jedenfalls, wenn man das Ding powert, dann kann man aus dem Zertus Quarz dann ein Charge Zertus Quarz herstellen. Ich hole mir einfach mal hier ein paar Kabel jetzt, schließe sie dran und dann sollte bepowert werden, hoffentlich. Macht er es? Macht er es nicht? Er macht es nicht. Der Charger lässt sich nicht ärgern. Dann probiere ich es mal hier drauf und da geht es dann. Okay. So. Dann einen normalen reinlegen. Zertus Quarz Crystal. Dann dauert es kurz und dann wird es zum Charge Zertus Quarz. Brauchen wir für Rezepte. Dieses Charge Zertus Quarz nehmen wir dann und werfen es mit Redstone und mit Nether Quarz in ein Wasserloch. Kann ich mal in ein Egalwegs Wasserloch. Einfach so ein Wasserloch rein. Also kann ich mal ganz kurz hier den rein droppen, den rein droppen und den rein droppen. Dann blitzt das kurz. Blitz, blitz, blitz. Und wir haben Fluix Crystals bekommen. Und diese brauchen wir eben, um die anderen Sachen zu craften. Also daran denken, dass man es nicht einfach zusammen craften kann, sondern man muss es irgendwie anderweitig machen. Okay. Dann scheint der Charger wohl doch nicht durch die F zu gehen, aber der Inscriber geht es. Also eins von beiden war es. So. Bei dem Inscriber, bei den Rezepten ist es wieder ähnlich. Wenn ihr beispielsweise dann einen Prozessor herstellen wollt, müsst ihr auch bei dem Crafting Rezept gucken. Das heißt Processor. Processor. Das gibt ja jetzt die, die Calculation Processor, die Engineering Processor und die Logic Processor. Die werden gecraftet aus so einem Logic Circuit, den ihr erstellt durch den Logic Calculation Press. Glaubt man die durch die Logic Press. Und das ist so ein Silicon müsst ihr euch herstellen aus dem Silicon Press Teil. Kann ich mal kurz sagen. Inscriber Silicon Press. Da oben kommt es rein. Und dann müsst ihr euch noch Silicon herstellen. Das auch compressen. Silicon. Das ist, also das soll rauskommen. Und das ist dieses Silicon und andere, was man da nehmen kann. Und das kommt einfach hier rein und wird gepresst zu einem Silicon Press Teil. Und dann ist das praktisch immer der untere Teil für diese Prozessoren. So. Und wie gesagt, einfach dann hier nehmen, das da. Und man muss ein bisschen rumwürfeln und ein bisschen gucken, welche Press braucht ihr gerade für welches Circuit. Hier braucht ihr den Inscriber Logic Press plus Gold Ingot. Kriegt dieses Ding raus. Und dann könnt ihr es kombinieren, indem ihr das Ding nehmt. Redstone plus das Silicon hier. Und bei den Rezepten kann euch ja Not Enough Items helfen. Wir wollen nur so vom Prinzip her. Ihr braucht eben diese Zusatzmaschinen, damit ihr die ganzen Sachen hier machen könnt, um herzustellen. So. Und das hier ist fertig. Kann es rausholen. Dann kriegt ihr ein Achievement und wir haben aus einem Zertus-Quartz-Kristall einen Charge-Zertus-Quartz-Kristall gemacht. Das wären so die Basics. Also wenn ihr eine ME machen wollt, macht es so diese Art und Weise. Ihr könnt gerne weitere ME-Drives auch hier aufeinander stapeln, sozusagen. Müsst ihr halt daran denken, dass ihr hier die auch mit anschließen müsst. Obwohl, ich glaube, hier ist sogar schon mit angeschlossen jetzt. Ihr könnt gerne Festplatten rausnehmen, wieder reinlegen hier oben. Da müsste es auch gepowert werden. Ja, ist ebenfalls gedingst. Da könnt ihr euren Speicherplatz dann erhöhen. Mit anderen Festplatten. Dann, ähm, es gibt ja auch noch die, von den Storage-Cells. Na komm, Storage-Cells. Hier gibt es noch höhere Stufen. Eine 4 KME, eine 16 KME und eine 64 KME. Ihr könnt gleich viele Typen drin lagern, aber ihr könnt von einem Typ mehrere Items lagern. Also wenn ihr hier 64.000 Kobbelstunen habt, dann würde das hier nur ein Typ belegen. Und hier würde es schon drei Typen belegen, weil ein Typ nur bis 16.000 von einer Art reicht. Okay. Das wäre es im Prinzip gewesen. Ja. ME-System. Alles reinschmeißen, was ihr wollt. Das ME lagert, bis kein Platz mehr ist. Und so funktioniert es. Eigentlich sind es voll wenige Komponenten. Ein Terminal zum drauf zugreifen. Festplatten zum Speichern. Und ein Energieakzeptor, wo es reinkommt. Und das war's. So baut man sich an ME. Ich hoffe mal, das war hilfreich für euch. Es sollten auch wirklich nur ganz kurz die kleinen Basics sein. Und nicht allzu tief gehen. Auto-Crafting-Mes kann man nach hinten anstellen. Aber vielleicht hat es euch ja geholfen. Dann bis demnächst. Lass krachen. Und tschüss.